Servus, mein Name ist Fabio Beinhofer, ich bin 26 Jahre alt und bin Teamleiter Bankprodukte der Abteilung Baufinanzierung und Bankprodukte. Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann und einem berufsbegleiteten Studium zum Bankfachwirt habe ich mich nach einer neuen Herausforderung bei einem innovativen Unternehmen gesehnt und bin so zur V-Finanz gekommen. Seit mittlerweile mehr als drei Jahren bin ich nun bei der V-Finanz tätig. Zuerst als Produktberater Bankprodukte und seit zwei Monaten als Teamleiter Bankprodukte. Besonders gut an der V-Finanz gefällt mir der offene Umgang miteinander und die sehr gute Zusammenarbeit mit meiner Führungskraft und meinem Team. Im Bereich Bankprodukte bieten wir gleich zwei spannende Produktkategorien an und zwar das Bausparen und den Ratenkredit. Hierbei betreuen wir unsere Makler in allen Fragen rund um diese beiden Produkte. Besonders spannend ist auch die Weiterentwicklung dieser beiden Produktkategorien, gerade im Bereich Ratenkredite, in dem wir dieses Jahr mit unserer eigenen Plattform gestartet sind. Doch neben dem Tagesgeschäft und Projekten kümmere ich mich in erster Linie natürlich um mein Team. Hierzu gehören die Verteilung der verschiedenen Sonderaufgaben, die Unterstützung bei der Durchführung von Projekten und die Sicherstellung, dass das Tagesgeschäft reibungslos abgewickelt werden kann. Selbstverständlich habe ich auch immer ein offenes Ohr für alle Fragen meiner Mitarbeiter. In meiner Freizeit dreht sich alles um Musik. Ich spiele selbst leidenschaftlich gern Gitarre und veranstalte einmal im Jahr in meinem Heimatdorf ein Reggae-Musikfestival. Die Gewinne hieraus gehen zugunsten unseres Vereins For a Better Tomorrow e.V. Wir unterstützen in besonderen Schulen in Afrika und engagieren uns im Bereich der Integration von Asylsuchenden. So, das war's auch schon von mir. Und falls ihr Lust habt auf einen interessanten Job, dann schaut doch mal bei uns auf der Homepage vorbei und vielleicht kann ich euch bald als neue Kollegin oder neuen Kollegen bei der VORFinanz begrüßen.